Unsere Geschichte ist von langen Tränen, wo die Menschen noch nicht alle vor Ort haben und nicht leichter an ihre Häuser. Das ist von der Papa heißt Bob, der Mama heißt Maria und der hat einen kleiner Jungen, der heißt Robert, die wir saß hier und die hat noch eine kleine Marjorie, eine kleine Mialte. Sie wohnen in South Dakota, wo er nicht so viel Häuser war, er hat eine Nubasch, die wir haben 15 Meter auf, so sie müssen so lange fahren mit dem Bogen in den Pied, denn was soll können er eine Nubasch fahren. Er lohnt, können sie nicht beagern, wo du sie dich wie wir wohnen, dort wir nicht berührt, so sie müssen 15 Meter auf, müsste Papa einmal fahren und buchen mehr, wenn nicht die Zeit wird. Und wie sehr wichtig ist, wenn die Mama dort am Montag wohnen. Und die Zeit wird ja kaum so, die Mama jängt dort mit Schleich, aber so Leute sind dort nicht auch geworden. Und den Bab jängt dort an, wo sie auch schleichen, wie sie sich in den Früh verlaten, aber je wohnen dich, wie heil war ich für zwei Werk, und dann schau mir für einen, wer in einem und sind auch drei, und dann für ein Sinn auch und dann fuhr heil war er für zwei Werk, war ich. Aber so braucht das Baste von dort, dem ich den Maaten so Leute haben dort nicht auch, wo man dort nicht aufhören, dass sie trüdig wäre. Und da hat dort Leute, dass sie trüdig ist, oder das wird schwierig, aber so wollte dort heil mal verlaten, und sie wollen die Die Proben der Quilts, die er angefangen hat, vor ich mir an den Tät, wo er wach ist, der kleiner Robert, der hat voll euer Wild, gehn Wille, bläumt, jetzt diese Appelstab, gehn Päckchen. Und dann waren sie dort da, und dann waren sie der Ties, reiht mir an, für wann er ihr Streit kam. Er sagte, Maria, das freut mich, dass die Amazone fähre Anstrahlung kam. Und dann sagte er, ich wünsche sich, wann er dort fuhren, wo er, solange er in Dortmund oder diese Samuhaan mehr an, wird sie dort oben gehören, aber das ist noch nicht so weit gekommen. Und dann sagte er, und die kleinen Jungs, sie sollen abhusten, wann sie gute Wille bläumt, jetzt sie, wenn sie ein bisschen schlauern. Das ist das Samuhaan viel. Und der Doktor, der schwebt eigentlich nicht mehr auf, und der Nubar, sind sie nicht mehr auf, so sie wollen keine Chance nehmen. Aber er sagte, das wurde auch noch weiter unerschworen, weil sie nicht so weit aufbaut und schufen. Die frühe, der Rotenbäte, wurde ihre Pappe aufgeschaut, und dann fragte die kleine Mälte, ob sie Wutte auf ihre Bar kaufen. Und dann sagte sie, nee, dort ist bloß ein Drab Wutte, wo es von der Spreng, von der Leuf, er war gekommen, der ist so voll geworden, und dann macht sie noch mal er war dran. So die Dach, jetzt busse ich wieder für die Kinder, und dann wollte sie Reutenschlupen gehen, und dann sagte die kleine Robert, ob er da, die sich gleich was grühen und ganz allein. So sie sagt, nein, er wird nicht. Was heute in der Bibel weiß, wo es sagt, wir haben seine Engel, die sich über die Tisane, die auf all die Wege beworhen. Die waren die auf die Hände und die, die das Feucht nicht und die Steiner starten. So, heute sage ich, haben die Engel dort dann einmal vergeten, wegen ich kiehlte mein Feucht auf die Steiner. Dann sage ich, nein Gott, vergete das never. Und dann sage ich, aus dem, wenn er in den Steinen noch nicht, dann sage ich, nein, er ist nicht, wegen dem, ich poste immer so ab, weil er da rumgut, und weil er nicht wird sich ohne Steiner starten. So, dann sage ich, so ist das Leben, das ist voll schwarze Steiner, und nach dem, der Engel, da sagt, du musst bitte kiehl und ein, was wir nächstes wollen alle abpassen, und was wir da rumgut. Aber weiß sie dort noch, wo den Dadi die, in anderen Jahren, und er hat da, dort Bluttu, von ihnen, von ihnen, von ihnen, von ihnen, von ihnen draufwaschen, und, und, dann kiegt, wie, dass es dort weiter weiter wird. So, und dann sage ich, ja, ich kann nicht, äh, ich kann nicht noch denken, und ich weiß dort nicht, dass Gott nicht von vergeten hat. So, das sei, habe eine Lohn, und dann hat sie dort nicht gepüßen, und dann hat sie drei in Baden, in Welt schlupen. Dann sage ich, die kleine Marjorie, dort sei, wie ich sie ab, und dann sage ich, dass sie mit Wut da kommen. Nie dat sie in Baden, die stoßen, nie kiebt sie ab, oder stoßen ab, wo die Kalle, noch wo die moveen. und dann fällt sie dort, du hast eine Schlange in der Hafer in der Haag angebeten. So, und ich denke so, so, weil die Lohn schwindeproben zu siegen, dann die dort merken. Und dann fängt die alte Unterrohr, und dann sage ich, und dann geht sie die Stelle merken, und dann denke sie so, wo sie das Wort wollen. Hier wollen keine, keine Menschen sein, dann erholpen, und dann fragt sie Gott, dass sie auch beworben, und so haben wir den Schatten, was er wird kommen halten. Und dann geht sie mit Petroleum, und dann geht sie dort beobachten, und ob sie auf Gräuter wollte. Und sie braucht, weil die Kinder nicht grünen, und dann sagt sie, wann Bob hier, bis wir er mohen. Sie denkt, sie können ihre kleinen Kinder nicht allein luten. Und dann sagt sie, verstorben ist sie nicht Angst, aber wegen sie hat ihr hört, allein zu Gott, die hier, von sie sind klein, und sie weiß, dass sie nicht für die Kinder dort sein. Wegen dort sind auch Tiende, aber er, Bob wird nach Hause kommen. Und dann kommt sie Marius, und dann sitzt sie den kleinen Robert nach oben, und dann sagt sie, good morning. Und dann sagt sie, du hast eine Schlange unter den Stahl. Und dann hat sie einen Fuss der Axt in den Basen, und dann hat sie einen Fuss dort, und er ist dann so abgeschwollen, und so blöd geworden. Und dann sagt sie, so wird den kleinen Robert dort sagen, was häuselt werden, und so wird auf eins, was man anschlupfen, und ich mag abwerfen. Und dann der hat sie Küchenbocken, und dort Olafen hat sie aufgestattet, so wie Rofriem, und bei den kleinen Kinder dort waren keine. Der kleine Junge hat Böden spielen, und dann die Böden aus der Sonne schien, und dann hat seine Lied mit dem Böden auf Erre Räsen, dort ist ein Engelscher Mond, heißt ein Prediger, du in den Jängen, und die Jängen sind und sagt, sie wollen eine Mündchen besiegen, wo sie ein Mündchen war, und heute sagt, du bist auch nicht tief, dann die Pia sind meid, und wenn sie unheilig, dann machen sie nach, blieben, aber sie ist unheilig, und sie wollen vorne Mündchen besiegen, und dann kommt der kleine Jungen ganz abgespielt, und sagt, du kommst auf den Hillen ab, und dann denkt sie, oh, bei Gott, haben wir alle gedacht, die sollen wir auch vielleicht kommen halten, und die Indien früh kommt an, und sie schlangen, und dann riecht, und dann denkt sie, dass sie hier alleine lüten, und dann sagt sie, in ihrer sprach, den Mond wird, und dann riecht sie, wach, und dann denkt sie, dass sie nicht verträgt kommen. So, sie kam bei den Indien früh, und hat die Krühe gegrüft, dort, wo du bieten hast, und hat sie dort einen Mühl abgehoben, das ist recht blatt in der Mühl, und dann hat sie dort abgegehoben, und ihre Winnung, und dann fängt dort ein kleines Gebet zu und dort beun ist, wenn sie noch bleiben, und dann hat sie noch ein kleines Wälder, aber dann hat sie dort immer frisch, und dann ist so verbrannt, weil sie hat mit Asset Krühe, aber dann sagt sie den Monos da was grüht gut, und auch eine Hohenfelsen dort grüht holen, und dann hat sie dort eine Pohnfien mehr an, das Brie, und dann sie dort auch er beun ab, und dann so die ganze nach, aber er soll nicht mal so viel Wälder hat, und dann wenn das ist postend ist, dann sie auch auf den Bauch nach und dann brauchen sie auch den Nutzen Doktor tekerieren und dann sie den Bauch durch den Bräuch fluten und dann sagt was passiert und dann hat eine Folgen und sie hat eine Trelle kommen für den werden und dann sie trelle kommen und dann sie ist ganz ladig und dann lässt den Bräuch und dort schwind haben wo den Doktor sind gefahren und sie piert bloß und dann ist aber okay und sagt Doktor der Indian Früh auf er könnte so er viel halten und so von dann an aus dem Maria so er schafft dich und sag dort sein nie wollte sie dort ne f dort gott nicht für jeden det und te hoppen an einem dort fehl det